Das sind zwei Brüder mit unterschiedlichen Interessen. Jason geht gern auf Partys und Martin in die Schule. Es dreht sich nur um Partys bei ihm. Aber die Partys und das Trinken bis zum Absturz sind ihm wichtiger. Der Vater macht ihm deutlich, dass die Schule für sein Leben wichtig ist. Dafür gehen nun die Brüder zusammen am Wochenende auf Partys. Vielen Dank.